Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWelm1974, Zeit für einen weiteren kleinen Atemotech. Genießt einfach mal dieses nette kleine feine Intro. Es fängt langsam an. Ja, das war doch schon mal ein schöner Anfang, aber jetzt wollt ihr natürlich das sehen. Was interessant ist, ich kenne euch doch. Resident Evil. Das kriegt ihr jetzt auch. Das geht schnell, tut nicht weh und das geht jetzt los. Jetzt machen wir da die Genehmigung. Dann lieber Jill und es geht los. Viel Spaß mit dem netten Intro von Resident Evil auf dem Gamecube. Alpha Team fliegt um die Zoll, situatiert in Nordwest Raccoon City, wo wir den Helikopter unserer Kompatioten, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No, not yet, friend. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. What, Chris? Bravo Team's helicopter was a derelict. Safe for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. I'm here. Das war's für heute. Come on! Hey, Rack! Where the hell's he going? Chris, this way! Damn it! Wait for that mansion! Ah, the nice door animation. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Alright. You two go. I'll secure this area. Stay sharp! The next door animation. Yeah, we're at Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil 1 auf dem Gamecube, auf zwei CDs übrigens. ist ein geiles Game. Ich würde dem Wesker übrigens nicht trauen. Ich würde dem Wesker übrigens nicht trauen. Aber sagt meine weibliche Instinkt, glaube ich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, habe ich euch ein tolles Angebot. Kann ich euch machen. Der Krio von Krio World, der macht das als Let's Play. Guckt euch das einfach mal an. Und sonst, schreibt meine Kommentare. Mögt ihr Resident Evil? Was ist euer Lieblingsteil? Und was gibt es noch für geile Intros? Damit habt ihr das dritte Intro hinter euch. Jetzt geht's wieder zum Halloween Game.